Wie man im ePortfoliosystem Mahara eine neue Seite erstellt. Auf meinem Mahara Dashboard wähle ich Erstellen, entweder hier im Zentrum oder oben rechts in der Menüleiste Erstellen Seiten und Sammlungen und klicke Hinzufügen. Ich wähle die Seite aus, gebe der Seite einen Titel, wahlweise eine Beschreibung, einen Tag. Diese und alle weiteren Felder kann ich aber immer noch im Nachhinein ergänzen oder modifizieren. Ich klicke Speichern und habe meine rohe Seite erstellt. Jetzt kann ich damit beginnen, diese Seite zu gestalten. Dafür ziehe ich mithilfe des Plus-Icons verschiedene Blöcke auf die Seite. Das kann beispielsweise ein einfacher Textblock sein. Ich gebe dem Block einen Titel, gestalte den Inhalt des Blocks. In dem Fall ist das ein einfaches Textfeld mit einem ausklappbaren Editor. Ich kann hier rudimentär den Text formatieren. Ich kann auch über die eckigen Klammern in den HTML-Modus gehen und direkt HTML schreiben. Das Ganze speichere ich dann und speichere es dann nochmals, um es auf der Seite zu platzieren. Die Position des Blockes sowie die Breite und die Höhe des Blockes kann ich immer noch im Nachhinein verändern. Zu meiner Seite kann ich jetzt weitere Inhaltstypen hinzufügen, beispielsweise ein Bild oder eine Bildergalerie oder ein PDF-Dokument. Um zu sehen, welche Inhaltstypen auswählbar sind, kann ich mehr Anzeigen unterhalb der Inhaltstypen auswählen. Ein solcher Inhaltstyp ist auch das externe Medium. Ich kann bei externem Medium über die verschiedenen Icons mit der Maus fahren und kriege per Maus-Over angezeigt, welche externen Quellen erlaubt sind. Das können entweder Embed-Codes sein, die ich dann als iframe auf der Seite einbinde, oder das können teilbare URLs sein, beispielsweise eine URL aus YouTube. Es geht aber genauso gut auch ein Embed-Code aus Panopto. Ich gebe den entsprechenden Code oder die URL in das Feld ein und klicke Speichern und habe dann mein externes Medium, in dem Fall ein Video, auf meiner Seite positioniert. Ich kann jederzeit die Ansicht meiner Seite über das Monitor-Icon kontrollieren und wieder in den Bearbeitungsmodus wechseln, indem ich auf das Stiftsymbol klicke.